Servus! Also in Karls, ein Bierkörler ist ein Wahnsinn. Vor allem der Bierstich von ihm. Ja, sehr kompetent und sehr informativ. Mir hat am besten gefallen der Eisbock. Riesenauswahl an Biere, muss man sagen. Mir hat auf jeden Fall getaugt, dass du dich durch alles durchgossen kannst. Was mir recht gefallen hat, war der Karls, seine Fachkompetenz und natürlich die Atmosphäre in den Körlern. Mir hat es getaugt, dass wir gelernt haben, dass man sein Geld auch in Bier anlegen kann. Wie ist die Schule? Ja, hau muss weiter haben mit so einem Bierkörler. Mir hat extrem gut gefallen. Die verschiedenen Käsesorten mit dem guten Bier. Mir hat das Riederweißbier geschmeckt und der Kas.